Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foodtour durch Hannover. Mit dabei... Jan Nimsen. Annie LL. Rikke Beans. Ich war lange geweckt. Habt ihr mich vermisst? Mit dabei Chris London. Hab ich nicht. Burak Jackson. Soylen Medi... Was soll das, Digger? Kandi. Ein neues Gesicht auf diesem Kanal. Hikim. Unsere erste Station für heute, Haftis Burger und das ist der Burgerland von Haftbefehl. Du weißt, was es Haft ist. Du weißt, was es Haft ist. Das kleine Kappers Sieg dir was geht, was? Schau, wo wüsst du, wer der Babo ist? Heroin, vergifte die Welt, denn ich muss mehr verdienen. Haftis Cheese Steak in the House. Classic Burger. Oh, der Classic Burger sieht echt classic aus. Ja. Eine Frage. Ja. Hat diese Burger Haftbefehl entworfen? Ja, klar. Guckt euch mal diese schöne Kartoffelplatte an. Habt ihr was dagegen, wenn ich den alleine esse? Oh, shit. Jackson. Achtung auf das weiche Brotgürkant. Oh, mein Gott. Mmh. Bei diesem Burger passiert was. Du hast Käse, Zwiebeln, Fleisch. Das weiche Brot. Mmh. Chatter, chatter. Ucha, gelio, gelio. Hopp. Das hier ist die Hafti-Soße. Die Soßen ballern. Und jetzt essen wir eine Falafel. In dem Laden heißt der Haft-Lafel. Hafti habe ich doch gute Arbeit geleistet. Unsere Tour geht weiter. Ich habe noch nebenbei den Laden mitgenommen. Eike Dabe, danke für die Gastfreundschaft. Unsere nächste Station, Lista Döner. Und das ist der berühmte Döner in ganz Hannover. Er hat drei Spieße. Ich will jeden einmal probieren. Wie geht es? Unser Spieß ist bereit, meine Damen und Herren. Und guckt euch mal diese schöne Farbe an. Saftig. Mmh. Das ist auf jeden Fall ein bunter Döner. Mmh. Was ist das, Bruder? Chai, Bruder. Fahre ich gerne, Bruder. Guter Döner, Jackson. N-I-L-N. Guckt euch mal diesen schönen Eilandbrunnen an. Und hier wird der Eiland frisch zubereitet mit Minze. Eiland. Bruder, ist das ein Döner dann? Oder ein Kaffee? Ich kriege sogar Wasser-Belokos. Essen macht mich einfach glücklich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Chris will unbedingt wieder dieses Lied singen. Eins. Jetzt wirklich. Ja, mach mal. Komm, ernst. Ey, na, na, na. Ahe, ahe, ahe. Ich kenn dich. Wollah, ich kenn dich von YouTube. Geforst. Einverentige Davis. Bruder, du bist von Berlin hergekommen. Ich muss dir in Hannover unbedingt diesen Laden zeigen, weil ich weiß, du liebst essen. Das wird dein Lieblingsburger, das haben wir in Hannover. Wir sind bei Bulls Kitchen. Und hier sollst du laut Maus den besten Burger in ganz Hannover geben. Mein Wort, Digger, mein Wort. Bruder, was ist das für eine Wand? Die Toilette musst du sehen. Junge, hier ist Tekno. Was haben wir hier, Digger? Oh, shit. Gökz. Ist das Melanmen Pommes Bunea? Chau, Z. Sehr gut. Aber das hier ist die beste Soße, die ich in meinem Leben gegessen habe. Was redest du? Ohne Spaß. Wie haben wir den Lokum Burger, Jackson? Oh, shit. Lokum gib ich sie. Hier im Sinne. Schmeckt. Und das war Hannover aus Jugend, meine Damen und Herren. Zehn von Zehn. Oh, crunch, crunch. Riesenladen. Du merkst, hinter jedem Produkt ist ein Gedanke. Der hat dir geweint, geackert, geblutet, um das alles zu konzipieren. Du hast geredet, wie ein Poet. Ich habe einfach Hunger. Passt dir mal, rote Zwiebeln, ein paar Soßen, Patty, Käse. Oh. Das war meine Gucci-Bandana. Oh, bei Gott, was hat die Zwiebeln gesagt. Der Chef hat geblutet. Er hat geweiht, um dieses Rezept zu finden. Oh, no, du. Wir essen gerade einfach mit einem Witz von Schlüten, du machst einen Burger. Kennst du ihn? Hey, was soll das denn? Du musst den Michael geben. Du musst den rein und dann hoch und dann ab zur Seite. Den Michael. Wir schlafen nicht. Cengiz Abi ist am Start frisch aus Antep eingereist. Wie geht's Abi? Dankeschön. Unser nächster Spot ist Gaziantep Baklavalare. Und hier gibt es frischen Baklava, frischen Katmer, frischen Künefe. Ashtla derdleri, Katmer, Katmer. Derd dirirsen. Katmer, Katmer. Weiß ich nicht, ist ja. Er ist eigentlich auch Antepli. Ich bin mit Künefe aufgewachsen. Habibi. Helle, 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 helle. Antepli, gelja nema, mir datlum. Unser Künefe wird hier zubereitet und guckt euch das mal an. Und jetzt kommt Käse drauf. Pistazien werden hier auch angerüstet. Unser Sherbet kommt auf Künefe drauf. Hat jemand eine Pistazienmobil bestellt? Yes. Oh mein Gott, hört mal diesen Sound. Ah, er fehlt aus. Oh, shit. Und schmeckt das los? Kann man das jetzt tun? Darauf die Pistazien. Banane und Erdbeere. Und den Kaimak. Der ist frisch in Antepli gemacht. Kuchen und die Herge liefert worden. Das ist 17.000 Kalorien, Dicke. Dann nimmst du den zu? Ach, boah. Das soll nicht. Wir probieren jetzt die Kartenwertpizza vor dem Chef. Aslanem, bene. Aslanem. Boah, madame. Boah, madame. Unsere Tour geht weiter. Mein Sohn, der kommt an. Wir machen hoch, wir machen runter. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei Lamuro Döner. Und dieser Laden wurde mir von Heilpanova vorgeschlagen. Ja. Es soll die Käse und Backen im Döner geben, wir können. Was? Ich kann das alles nicht mehr. Die haben hier einfach vier Spieße. Wir essen jetzt einen Auflauf-Döner. Auf unser Auflauf kommen Soßen drauf. Da kommt Käse drauf und noch mehr Soße. Wir machen Soße-Party. Guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Party. Zeit mal, Zeit mal, Zeit mal. Oh mein Gott, Bruder. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Lasagne. Guckt dir mal diesen Auflauf an, Cousin. Hat jemand Käse bestellt? Wop. Guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Wenn du auf Soße stehst und fett bist, sind wir. Dann ist das das perfekte Essen-Cousin. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei der nächsten Station. Da Toni. Die Konsistenz ist super. Scampis kommen genau richtig. Sehr soft, sehr clean. Wir haben hier Eric. Eric Abidal. Eric Maxim Tupomoteng Habibi. Dieser Laden ist bekannt für Pan-Pizza. Deswegen heißt er auch Panova. Innovativ und kreativ. Sehr kreativ. Was passiert hier, mein Bruder? Hallo? Scharfe Soße kommt dir auf die Pizza. Ich mag die Soße. Ich mag die Käse. Ich mag die Pommes. Ich mag das Wasser. Ich mag die Pizza. Also die Wings sind echt ein Kracher. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Ein sehr netter Mann. Unsere Tour geht weiter. Unsere nächste Station, Özurfa. Und Özurfa gibt es wirklich in jedem Land, in jedem Kontinent, in jeder Stadt. Und in den Farben. Grün und Gelb. And I don't understand. Ohne einen Adana zu essen, werden wir Hannover nicht verlassen. Solide. Solide. Das ist ein Adana, der einfach nach Adana schmeckt. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei der letzten Station. Loco Ritos. Loco, Loco. Juju, Juju, Juju. Einfach Jones & Zwilling. Guckt euch mal diesen Teller an. Was passiert hier? Erstmal einen Maxi-King. Ja, Mann. Das ist der geilste. Beste Erfindung von Kinderschokolade. Kommen wir zum Churros mit Himbeere. Jackson, das letzte kommt zum Schluss. Das letzte kommt zum Schluss. Ich genieße und beende somit das Video. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat. Was soll das denn? Meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Oder Jungs? Wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nächste Woche eine Foto aus Bielefeld sehen wollt. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abo, das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Video würde ich sagen, ciao und... Ich habe die Kamera. Wen suche ich denn aus? Wen suche ich denn aus? Kakao.